Sind Sie Schwabe? Hm? Ob Sie Schwabe sind? Nichts. Nur ein blöder Witz. Was für ein Witz? Vergessen Sie es. Ich würde das schon gerne verstehen. Der Kollege hat einfach nur einen schlechten Witz gemacht. Sie müssen doch unterschreiben. Ich möchte nichts. Bitte? Ich möchte die Kriminalpolizei hier haben und nicht zwei Pubertierende. Das habe ich jetzt einfach mal gehört, ja? Wir leiten den Bericht an die Kripo weiter. Ein Knallkörper ist in einen Kinderwagen gelandet. Das kann vorkommen. Ach ja. Und bei Ihnen? Ist das bei Ihnen auch schon vorgekommen? Nein. Was erzählen Sie dann für einen Scheiß? Hm? Wissen Sie, wie das ist, mit dem Baby vor dem brennenden Kinderwagen zu stehen? Nein, persönlich habe ich das nicht erfahren. Gut, dann halten Sie bitte den Mund und unterlassen Ihre dummen Witze. Entschuldigen Sie bitte, wenn man das etwas aufgebracht hat. Ich bin nicht aufgebracht. Ich bin ganz klar bei Verstand. Gut. Unterschreiben Sie bitte hier. Sind Sie überhaupt volljährig? Wenn Sie sich weigern... Nein. Joppa, jetzt mach kein Terz, unterschreib das. Ja. Wo willst du denn jetzt hin? Ich lege mich hin. Ich bist gleiche. Das heißt, kommen Sie mir nur noch.